Fiora, die große Duellantin. Als jüngste Tochter der Adelsfamilie Laurin war Fiora ein Leben als politische Marionette vorbestimmt, die im großen demasianischen Spiel der Allianzen verheiratet werden sollte. Ihr missfiel dieser Gedanke so sehr, dass sie sich von Kindesbeinen an mutwillig jeder Erwartung widersetzte, die irgendjemand an sie hatte. Ihre Mutter ließ die besten Handarbeiter Demacias die wunderbarsten Spielpuppen für sie anfertigen, doch Fiora verschenkte sie an ihre Dienstmädchen, nahm den Degen ihres ältesten Bruders und zwang ihn, ihr heimlich das Fechten beizubringen. Ihr Vater beschaffte unzählige Schneiderpuppen, damit ihre persönliche Schneiderei die wundervollsten Gewänder für sie nähen konnte, doch Fiora nutzte sie nur, um ihre Ausfallschritte und Konter zu üben. Trotz Jahren des stillen Widerstands wurde kurz nach ihrem 18. Geburtstag eine politische, vielversprechende Ehe mit einem entferntesten Zweig des Hauses Kronwacht arrangiert. Die Hochzeit sollte im Sommer stattfinden. Schauplatz sollte die Hauptstadt werden und König Jarvan III. würde zu Gast sein. Als die geladenen Gäste an jenem Tag allmählich eintrafen, stand Fiora auf und verkündete, dass sie eher sterben würde, als ihr Leben von jemand anderem bestimmen zu lassen. Ihr Ausbruch brachte öffentliche Schande über ihren Augen getrauten und seine Familie wollte sich auf die traditionelle Art von dieser Schmach reinwaschen, mit einem Duell bis zum Tod. Fiora stimmte sofort zu, doch ihr Vater Sebastian hielt den König an, einzuschreiten. Jarvan hatte viel getan, um den Fäden des Adels ein Ende zu setzen, doch in diesem Fall waren ihm die Hände gebunden. Fiora hat das Duell bereits angenommen. Damit blieb nur noch ein Ausweg. Sebastian machte von seinem Recht Gebrauch, an ihrer Stelle zu kämpfen. Hochmarschall Tiana Kronwacht tat es ihm gleich und ernannte einen erfahrenen Streiter aus der furchtlosen Vorhut, der anstatt ihres Verwandten kämpfen sollte. Es schien fast sicher, dass Sebastian verlieren würde. Der Name Lauren würde sich davon nie erholen und Fiora würde unehrenhaft verbannt werden. Angesichts dieser schrecklichen Aussichten traf er eine Entscheidung, die den Ruf seiner Familie fast ebenso verdammen könnte wie eine Niederlage. In der Nacht vor dem Duell versuchte er, seinem Widersacher ein Arzneimittel zu verabreichen, das seine Sinne betäuben und seine Bewegungen verlangsamen würde. Doch er wurde bei seiner Tat ertappt und in Haft genommen. Das Gesetz war eindeutig. Sebastian Lauren hatte den wichtigsten Ehrenkodex überhaupt gebrochen. Er sollte öffentlich gedemütigt werden, indem man ihn wie einem gemeinen Verbrecher am Schafott hinrichtete. Am Vorabend seines Todes besuchte Fiora ihn in seiner Zelle, doch was dort besprochen wurde, blieb ihr Geheimnis. Am nächsten Tag traf Fiora vor das Podium des Königs, wo die ganze versammelte Menge sie sehen konnte. Sie kniete vor ihm nieder und bot ihm ihre Klinge. Wenn er ihr seinen Segen gab, würde die ihrem Vater von den Namen laurend abnehmen und Gerechtigkeit walten lassen. Der Kampf war verwirrend schnell. Ein Tanz der Klingen, so herausragend, dass alle Anwesenden ihn niemals vergessen würden. Fioras Vater war selbst ein meisterhafter Schwertkämpfer, doch seiner Tochter war er nicht gewachsen. Mit jedem Klingenschlag sagten sie einander Lebewohl. Letzten Endes war es Fiora, die ihren Degen unter Tränen im Herz ihres Vaters vergrub. Andächtig erklärte König Jarvan, dass Sebastian damit für seine Verbrechen bezahlt hatte. Fiora würde seine Erbin sein. Der Disput zwischen den Familien war geklärt. Doch es dauert seine Zeit, bis derartige Skandale in Vergessenheit geraten. Fiora erfüllte ihre neuen Pflichten am Hofe mit ihrer typischen Deutlichkeit und Direktheit, doch sie merkte schnell, dass ihr Gerüchte und Geschwätz auf Schritt und Tritt folgten. Sie hatten ihrem Bruder den Anspruch auf den Familiennamen entrissen. Wie sollte ein arrogantes Kind wie sie schon der großen Stadt Demacia dienen? Was konnte sie, die nicht einmal ein Ehemann hatte, schon mehr bringen als Zwietracht und Blut vergießen? Anstatt mit ihrer Klinge noch mehr Gerechtigkeit einzufordern, wandte sich Fiora an den großen Kreis ihrer Verwandten, an Vettern und noch entferntere Familienmitglieder, unter denen sich viele namenhafte Schwertmeister befanden. Ihre Kritiker verstummten, als sie jeden aus dem Haus laurend zum Adeligen machte. Gemeinsam arbeiteten sie daran, in Demacia die Kunst, wie sie der Umgang mit Klingen seit jeher war, zu verfeinern. Das Duellieren war eine uralte Tradition, doch sie musste nicht immer im Tod enden. Und falls jemand mit dieser Auffassung nicht übereinstimmt, dann stellt Fiora diese Überzeugung überaus gern im Kampf auf die Probe.